Was ist Ihre Berufung? Haben Sie Interesse an Anatomie, Physiologie und Pathologie des Menschen? Arbeiten Sie gerne mit Menschen? Dann ist der neue Studiengang Naturheilkunde und komplementäre Heilverfahren der richtige Weg für Ihre berufliche Zukunft. Die Diplomahochschule bietet diesen Fernstudiengang virtuell oder mit Präsenzphasen in der Natura Akademie in Brixenstadt Laub bei Würzburg an. Nutzen Sie diesen Studiengang für viele Karrieremöglichkeiten im Gesundheitsbereich. Lassen Sie sich beraten. Spezialisieren Sie sich auf den Bereichen Homöopathie, traditionelle chinesische Medizin oder europäische Naturheilverfahren. Wir freuen uns auf Sie!